Hauskauf in Paraguay, Schritt-für-Schritt-Anleitung und Checkliste für Auswanderer. Wie kaufe ich ein Haus in Paraguay? Schritt-für-Schritt-Anleitung von Paraguay Life. Wenn du darüber nachdenkst, ein Haus in Paraguay zu kaufen, bist du hier genau richtig. In diesem Video zeigen wir dir den genauen Ablauf des Immobilienkaufs in Paraguay und worauf du unbedingt achten musst. 1. Die richtige Immobilie finden Der erste Schritt auf deinem Weg zum Eigenheim in Paraguay ist die Suche nach der passenden Immobilie. Nutze das Know-how lokaler Immobilienmakler, die die Marktbedingungen genau kennen. Du kannst auch auf Online-Immobilienportale zurückgreifen, um dir einen Überblick zu verschaffen. Vergiss nicht, die Tageszeitungen zu durchforsten, oft verstecken sich dort wahre Schätze. 2. Kaufangebot unterbreiten Sobald du deine Traumimmobilie gefunden hast, ist es Zeit, ein Kaufangebot zu machen. Hierbei ist Verhandlung SGEs schick gefragt. Setze einen Preis an, der dich deinem Ziel näher bringt, aber auch realistisch bleibt. 3. Gründliche Immobilienprüfung Bevor du den Vorvertrag unterschreibst, solltest du die Immobilie gründlich prüfen lassen. Beauftrage einen unabhängigen Gutachter. Es ist wichtig, den baulichen Zustand unter die Lupe zu nehmen und etwaige Mängel aufzudecken. Fordere zudem den Grundbuchauszug und weitere wichtige Dokumente an. 4. Der Vorvertrag Die Details festlegen Im Vorvertrag werden alle wichtigen Details wie Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten und Übergabetermin schriftlich fixiert. Ein Anwalt kann dir dabei helfen, die Konditionen zu verhandeln und rechtlich abzusichern. 5. Anzahlung leisten Beim Abschluss des Vorvertrags ist eine Anzahlung zwischen 10% und 30% des Kaufpreises üblich. Diese Zahlung ist ein entscheidender Schritt, um deine Kaufabsicht zu bestätigen. 6. Notarielle Beurkundung des Kaufvertrags Der eigentliche Kaufvertrag wird durch einen Notar beurkundet. Erst mit dieser notariellen Beglaubigung ist der Hauskauf rechtskräftig und verbindlich. 7. Restbetrag zahlen und Eigentum sichern Nach der notariellen Beurkundung wird der Restbetrag fällig. Mit der Überweisung des Kaufpreises wechselt das Eigentum offiziell den Besitzer. Herzlichen Glückwunsch, du bist nun stolzer Eigentümer einer Immobilie in Paraguay. Worauf du beim Hauskauf in Paraguay achten musst, deine Checkliste Der Kauf eines Eigenheims in Paraguay kann eine spannende Herausforderung sein. Um sicherzustellen, dass du keine unangenehmen Überraschungen erlebst, solltest du folgende Punkte sorgfältig prüfen. Bauqualität und Baumaterialien Stelle sicher, dass die Bauqualität und die verwendeten Materialien deinen Erwartungen entsprechen. Denke daran, dass die Standards in Paraguay von denen in Europa abweichen können, insbesondere bei Wärme und Schalldämmung. Klimabedingte Schäden Prüfe, ob das Gebäude durch lokale Wetterbedingungen wie Überflutungen, Stürme oder extreme Hitze beschädigt wurde. Solche Schäden können die Struktur und Langlebigkeit des Hauses beeinträchtigen. Brandschäden Erkundige dich, ob es in der Vergangenheit zu Brandschäden gekommen ist. Diese könnten die Sicherheit und Standfestigkeit des Gebäudes beeinträchtigen. Wasserschäden und Schimmel Besonders im feuchten Klima Paraguay sind Wasserschäden und Schimmel ein großes Thema. Achte auf Anzeichen dafür, um langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Zugangsrechte Stelle sicher, dass der Zugang zu deinem neuen Zuhause nicht über fremdes Land führt und dass die Wegerechte geklärt sind. Zustand des Daches Ein intaktes Dach ist essentiell. Überprüfe den Zustand, da Reparaturen oder ein kompletter Austausch kostspielig sein können. Elektrik- und Sanitäranlagen Überprüfe das Alter und den Zustand der elektrischen Anlagen sowie der Sanitärsysteme. Verhaltete oder schlecht gewartete Anlagen können zu teuren Reparaturen und Sicherheitsrisiken führen. Heiz- und Kühlsysteme Da Paraguay oft hohe Temperaturen hat, ist ein funktionierendes Kühlsystem entscheidend. Achte darauf, dass Klimaanlagen gut funktionieren. Denkmalschutz Kläre ab, ob das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Dies könnte deine Möglichkeiten zur Renovierung einschränken. Grundstücksgrenzen und Nachbarschaft Prüfe die genauen Grundstücksgrenzen und informiere dich über deine zukünftigen Nachbarn, um Konflikte zu vermeiden. Lokale Bauvorschriften Informiere dich über die örtlichen Bauvorschriften und Normen, da diese sich stark von denen in Europa unterscheiden können. Sicherheitsaspekte Achte auf die Sicherheitslage in der Gegend. In einigen Regionen Paraguays könnten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sein. Wichtige Infrastruktur Stelle sicher, dass essentielle Dienstleistungen wie Wasser, Strom, Internet und Abfallentsorgung zuverlässig funktionieren. Diese Faktoren beeinflussen direkt deine Lebensqualität. Mit dieser Anleitung und Checkliste bist du bestens gerüstet für den Hauskauf in Paraguay. Denke daran, eine gründliche Vorbereitung und die Unterstützung von Fachleuten vor Ort sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Immobilienkauf.